Ruf nach Strenge. Wien will schärfere Corona-Regeln. Der Bundeskanzler auch. Alles, weil die Infektionszahlen weiter massiv steigen. Guten Abend bei der Zeit im Bild. Deutschland und Frankreich wollen, dass die EU 400 Minderjährige aus dem Flüchtlingslager Moaria aufnimmt. Eine erste Hilfe. Aber welche Länder dabei sind, ist unklar. Die ÖVP sträubt sich jedenfalls. Und keine Casino-Deals will Ex-Minister Löger geschlossen haben, sagt er im Ibiza-Ausschuss. Das Wetter wird warm und oft sonnig. Dass es mit den Corona-Zahlen hinaufgeht, haben wir ja schon die letzten Tage gesehen. Aber das ist nochmal ein ordentlicher Sprung von gestern auf heute. 664 Neuinfektionen sind da innerhalb von nur 24 Stunden dazugekommen. Damit liegen die Zahlen mittlerweile so hoch wie während der ersten Corona-Welle im Frühling. Das zeigt auch der Sieben-Tages-Schnitt, der ist mittlerweile auch bei bereits 411 neuen Fällen pro Tag. Die Corona-Fälle, die nehmen in mehreren Bundesländern zu. Zuletzt etwa wieder in Niederösterreich oder auch in Tirol. Aber nirgends steigen die Zahlen so stark wie in Wien. Hier ist in den letzten Wochen etwa die Hälfte aller Corona-Infektionen verzeichnet worden. Der Andrang bei den Wiener Teststraßen ist groß und weil so viel getestet wird, steigt auch die Zahl der nachweislich Infizierten. So hat die Stadt den starken Anstieg bis zuletzt erklärt. Das allein kann aber nicht die Ursache sein, sagt die Virologin. Für sie ist die Entwicklung noch unter Kontrolle, aber besorgniserregend. Man muss jetzt sehr genau aufpassen auf die jetzige Situation, denn man muss alles tun, um zu verhindern, dass wir wieder in eine exponentielle Phase reinkommen, dass wir quasi jeden Tag doppelte oder dreifache Menge in Neuinfektionen des Vortages haben. Sie fordert jeden Einzelnen auf, auf Hygieneregeln zu achten. Die Stadt Wien wiederum nimmt die Bundesregierung in die Pflicht und verlangt österreichweit strengere Maßnahmen. Die Bundesregierung hat die Lockerungsverordnung mehr oder weniger so gestaltet, dass es faktisch keine Spielregeln mehr gibt. Und das sieht man jetzt, was das Ergebnis davon ist. Das lässt die ÖVP in Wahlkampfzeiten nicht auf sich sitzen. Innenminister Nehammer fordert die Stadt auf, die mit der Corona-Ampel verbundenen Auflagen umzusetzen. Der Gesundheitsminister will wiederum die Lage erst morgen, nach der neuen Ampelschaltung, kommentieren. Hans Bürger ist jetzt bei uns zur politischen Analyse. Vor nicht einmal 14 Tagen hat der Bundeskanzler eine optimistische Rede gehalten und vom Licht am Ende des Tunnels gesprochen. Heute hat er gesagt, das Schönrechnen der Zahlen müsse aufhören. Das klingt schon ziemlich anders. Was ist passiert? Gut, Kurz hat auch immer wieder gesagt, dass solange es keine Impfung gibt, muss es auch eine Wachsamkeit geben. Und jetzt sind wir soweit. Außerdem sagt die Bundesregierung und vor allem auch der Bundeskanzler, wenn es keine Verschärfungen gibt, dann könnten wir bald als Hochrisikoland gelten. Und dann bricht das, was wir jetzt mühsam aufgebaut haben, Wirtschaft und Tourismus wieder zusammen. Und interessanterweise der Gesundheitsminister, der ist eine Spur gelassener jetzt aufgrund neuer Berechnungsmethoden. Ja, werden wir sehen, wer da Recht behält. Das werden wir dann auch schon morgen sehen. Da wird die Corona-Ampel neu geschaltet und da laufen zur Stunde bestimmt die Beratungen. Hat die Regierung intern schon eine Linie dazu gefunden? Also was ich kurz vor dieser Sendung gehört habe, wird es möglicherweise heute Nacht keine einheitliche Linie geben, sondern die ÖVP, also das Bundeskanzleramt und auch die Bundesländer werden möglicherweise gegen den Vorschlag stimmen. Was aber nicht heißt, dass morgen trotzdem das herauskommt, was Anschober will. Trotzdem wird es die Bundesregierung hier klar sagen, wogegen sie ist. Interessant ist da auch Wien, die bisher gesagt haben, früher noch gesagt haben, sie sind gegen Gelb. Und jetzt sind sie sogar dafür, dass es noch schärfere Maßnahmen gibt. Aber habe ich herausgehört, dass der Frieden, der Koalitionsfrieden vielleicht ein wenig gefährdet sein könnte zwischen ÖVP und Grünen? Also wenn das so weitergeht, sehe ich die Ampel bald auf der Rausch gehen. Aber nicht nur wegen der Corona-Frage, sondern ja auch wegen der Flüchtlingsfrage, wo auch die ÖVP und die Grünen diametral gegenüberstehen. Danke sehr, Hans Bürger, für diese Analyse live im Studio. Auch wenn es am Schluss eben dann oft politisch ist, den Weg durch die Corona-Krise zeichnen oft Fachleute vor. Und mit dem Weg hinaus und mit den Folgen beschäftigt sich auch eine Gruppe ausgewählter Wissenschaftler. Die Präsidentschaftskanzlei und das Kanzleramt haben sie zusammengetrommelt. Heute war das erste Treffen unter den Vorzeichen der gestiegenen Zahl. Die Universität Wien war heute so etwas wie ein Corona-Kompetenzzentrum. Bewusst auf akademischem Boden trafen sich erstmals Wissenschaftler aus allen Fachbereichen persönlich, um die Pandemie-Folgen zu besprechen. Vier Gruppen leisten Grundlagenarbeit von den psychosozialen Krisenfolgen bis zur Ökonomie. Die aktuellen Zahlen sieht man als bedenklich. Dass es nicht so zu sein scheint, dass einige isolierte Cluster, die man sozusagen dann relativ leicht weiterverfolgen kann, steigen, sondern dass sozusagen das Grundniveau, also überall zu steigen, beginnt. Und das ist eine schwierige Situation. Ein Problem ist, dass die Einstellung in der Bevölkerung heute ganz anders ist als im März. Es ist so, dass es in der österreichischen Bevölkerung nach wie vor so ist, dass das Risikbewusstsein im Umgang mit der Corona-Krise weiterhin sinkt. Befindet sich Österreich eigentlich schon in der zweiten Welle? Die Politik macht ja einen Bogen um diese Aussage. Die Wissenschaft macht sich noch leichter. Wir sagen es dann im Nachhinein, ob es die zweite Welle war. Aber ich denke schon, dass wir jetzt sehr aufpassen müssen, vor allem wenn es dann in den Winter hingeht und wenn die Person, wenn die Bevölkerung mehr wieder in geschlossenen Räumen sich befindet. Droht uns noch ein Lockdown, was sagen Sie? Das können wir uns, glaube ich, nicht leisten. Lockdown, zweite Welle, nichts, was wir hören wollen. Aber Günther May aus unserer Wissenschaftsredaktion, worauf wir uns einstellen müssen, das haben uns Expertinnen und Experten oftmals gesagt, ist, dass im Herbst eine schwierige Phase beginnt, dass die Zahlen wieder steigen werden. Jetzt hat der Herbst noch nicht mal richtig begonnen. Die Zahlen sind auf hohem Niveau. Wie große Sorgen müssen wir uns machen? Aus heiterem Himmel kommt das nicht. Die Pandemie-Forscher haben schon vor Wochen und Monaten gesagt, September wird der Monat sein, wo es wieder losgeht. Und wir haben die Alarmzeichen schon gesehen im August. In den letzten drei Augustwochen sind tausend Infektionen auf Infektionen in Kroatien zurückzuführen. Das heißt, es wurde sehr viel Virus importiert, auch aus anderen Ländern. Und hier muss man dazu sagen, wenn ein Mensch infiziert ist, bis er dann etwas spürt, Symptome verspürt, bis das im System landet, dauert es auf zehn, 14 Tage. Und inzwischen kocht diese Pandemie im Untergrund. Und jetzt tauchen überall diese Infektionsherde auf. Und dann wird es immer schwieriger, die zurückzuverfolgen. Die politischen, es wird ja schon politisch diskutiert, welche Maßnahmen vielleicht noch neu gesetzt werden, neben dem Contact Tracing, dem Zurückverfolgen. Aber was braucht es denn jetzt vor allem? Sehr wichtig ist jetzt sicher, genügend Spürtrupps zusammenzustellen, die diesen Infektionsketten nachgehen. Und das ist sehr personalintensiv. Da muss man nachtelefonieren. Und vor allem in den Bundesländern fehlt hier das Personal oft. Und wenn man aus Personalnot nicht mehr nachvollziehen kann, welcher Infektionsfall gehört zum welchen Infektionsherd, wo haben wir infizierte Menschen, die andere infizieren könnten, die mir in Quarantäne schicken müssen, dann bricht sich dieses Virus relativ schnell freie Bahn. Und dann beginnt die Pandemie zu galoppieren. Und wenn man jetzt die Bevölkerung durch sehr strikte Regelungen an die Kandare nimmt, dann wäre es gut und effizient, gleichzeitig für genügend Personal zu sorgen, um auch der Pandemie die Zügel anzulegen. Danke, Büdemeier, wie immer, für diese Einschätzungen. Ja, wieder hat es im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos gebrannt und jetzt ist dort wirklich alles zerstört. 13.000 Menschen sind obdachlos und brauchen Hilfe. Zu der ruft jetzt auch Bundespräsident Alexander von der Bellen auf. Österreich habe die Größe und die Menschlichkeit jetzt das Richtige zu tun, schreibt er in den sozialen Medien. Wo früher ihr provisorisches Zuhause war, das ist jetzt eine Brandwüste. Die Brandstifter haben ganze Arbeit geleistet. Zelte und Unterkünfte, die nach der ersten Brandnacht noch intakt waren, haben letzte Nacht gebrannt. Offenbar soll nichts übrig bleiben von dem heillos überfüllten Lager mit kaum vorstellbaren Lebensbedingungen, noch verschärft durch einen Corona-Lockdown. Lagerinsassen haben die Brände gelegt, doch wenn sie glauben, sie können wegen der Feuer die Insel verlassen, haben sie sich getäuscht. Das können sie vergessen. Tausende nun obdachlose Migranten irren in der Region Moria umher. Viele von ihnen will die griechische Regierung vorläufig auf Schiffen unterbringen. Das Lager wieder aufzubauen, ist kaum möglich. Die Widerstände sind enorm. Auch von Inselbewohnern. Einige haben Straßensperren errichtet, um Migranten daran zu hindern, ins abgebrannte Lager zurückzukehren. Wir haben die Nase voll. Wir brauchen menschenwürdige Unterkünfte und auch Sicherheit für die umliegenden Dörfer. Erst einmal werden 400 unbegleitete Jugendliche aufs Festland gebracht. Sie sollen in der EU verteilt werden. Deutschland und Frankreich werden sich daran beteiligen. Ich hoffe, einige andere Mitgliedstaaten auch. Wie es weitergehen soll, darüber redet der französische Präsident mit dem griechischen Premier auf Korsika vor einem Mittelmeer-Krisengipfel. Die Debatte über die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria entzweit auch die Koalitionsparteien bei uns, ÖVP und Grüne. Dazu ist heute Sigrid Maurer, die Klubobfrau der Grünen, zu Gast bei Martin Thür in der ZIB 2 hier um 22 Uhr. Und das ist ja gar nicht das Einzige, wo ÖVP und Grüne nicht deckungsgleich sind. Corona ist auch so ein Beispiel und natürlich auch der Ibiza-U-Ausschuss, wo die Grünen oft recht kritisch sind in Richtung ÖVP. Heute sind dort wieder prominente ÖVP-Vertreter geladen gewesen. Ex-Finanzminister Hartwig Löger und die Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner. Mit möglichem Postenschacher wollen beide nichts zu tun gehabt haben. Hartwig Löger war in der türkis-blauen Regierung Finanzminister. Er wird bei der Staatsanwaltschaft als Beschuldigter im Ibiza-Strafverfahren geführt. Üblicherweise bedeutet das Entschlagung im U-Ausschuss. Doch Löger zeigt sich äußerst gesprächig, ist kaum zu bremsen. Neue Erkenntnisse kann er allerdings nicht liefern. Dass er mitgeholfen habe, FPÖ-Mann Peter Siedlow als Casinos-Finanzvorstand einzusetzen, bestreitet Löger erneut. Und er bleibt dabei. Über eine Dankes-SMS von Heinz-Christian Strache habe er sich sehr geärgert. Seine Antwort mit Daumen hoch sei negativ gemeint gewesen. Von diversen umstrittenen Projekten im Finanzministerium zeigt sich Löger schlecht informiert. Für die Opposition ist klar, Löger wurde umgangen. Er hat zur Kenntnis nehmen müssen, dass Kurz und Strache einfach viel ausgemacht haben und dass er das umsetzen musste. Und was auch sehr deutlich geworden ist, dass sein Generalsekretär Thomas Schmid sehr vieles im Haus selbst entschieden hat, ohne ihn zu involvieren. Nach Löger wird die Generaldirektorin der Casinos AG Bettina Glatz-Gremsner befragt. Mit der Bestellung von Peter Siedlow zum Vorstand hätte sie nichts zu tun gehabt. Auf die Frage, warum sie, als sie ÖVP-Vizzechefin wurde, 10.000 Euro an die ÖVP gespendet habe, meinte sie, das wäre eine Herzensangelegenheit gewesen. In Wien sind heute gleich zwei Parteien in den Intensivwahlkampf gestartet. Und zwar jene beiden, die um ganz ähnliche Wähler bohlen. Einerseits die ÖVP, die heute wegen Corona nur stark eingeschränkt feiert. Und andererseits die Freiheitlichen, die haben niemanden ausgeladen. Die John-Otti-Band singt den Wahlkampf-Song der FPÖ. Vor der Bühne geschätzt 300 Parteianhänger. Und auf ihn haben sie gewartet. Spitzenkandidat Dominik Nepp. Seine Ansage? Wir werden ein beeindruckendes, rot-weiß-rotes, patriotisches Signal senden am 11. Oktober. Denn wir sind eine geeinte, freiheitliche Familie. Bundesparteichef Hofer, mehr oder weniger das Familienoberhaupt, nimmt dann auch Bezug auf das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Flüchtlinge aufzunehmen, käme nicht in Frage. Ja, was glaubt ihr, was die Folge wäre? Wenn man jetzt erfährt, okay, wenn ich mein Lager ansünde, dann kann ich nach Österreich. Was glaubt ihr, was passieren wird? Was ist die Folge? Natürlich würde das immer wieder passieren. Übrigens, an die Corona-Bestimmungen würde man sich hier am Platz halten, wurde versichert. Besondere Schutzmaßnahmen hat es aber nicht gegeben. Besondere Corona-Vorkehrungen gibt es dafür hier, beim Wahlkampfauftakt der Wiener ÖVP neben dem Rathaus. Kurzfristig sind die 100 geladenen Gäste wieder ausgeladen worden wegen der stark gestiegenen Infektionszahlen in der Stadt. Übertragen wird im Internet. Funktionäre und Anhänger schalten sich von zu Hause dazu. Vor Ort nur Journalisten, der Gegner aus türkiser Sicht, die Stadtregierung. Für alle, die in der Stadt noch Ziele haben, die Chancen haben wollen und diese ergreifen wollen, für die setzen wir türkis in Angebot. Am 11. Oktober hat jeder und jeder die Wahl, entweder weiter wie bisher mit Rot-Grün oder mehr türkis für Wien. Unterstützung bekommt Blümel vom Bundeskanzler. Die Frage ist, gibt es am Ende eine absolute Mehrheit für die SPÖ in Wien oder nicht? Und unser Ziel muss natürlich sein, das zu verhindern. Unser Ziel muss es sein, die Volkspartei zu stärken. Ebenfalls prominent eingeblendet, der Innenminister und die Integrationsministerin dominieren durch die Themen Sicherheit und Migration den türkisen Wahlkampf in Wien. Die Zahl der Firmenpleiten ist heuer bisher deutlich zurückgegangen. Das könnte eine gute Nachricht sein. Normalerweise aber lassen wir uns nicht täuschen. Das ist nur der Corona-Effekt. Denn noch hängen viele Unternehmen am Topf der Hilfspakete und einige werden damit Geld aus dem Staatshaushalt künstlich am Leben gehalten, sagen Kritiker. Und das kann sich auch auf gesunde Firmen auswirken. Wochenlang waren viele Unternehmen geschlossen und hatten keine Einnahmen. Trotzdem sind heuer deutlich weniger Betriebe pleite gegangen. 2019 mussten von Jänner bis August rund 3.360 Unternehmen Insolvenz anmelden. Heuer waren es laut Kreditschutzverband nur gut 2.370. Das ist ein Minus von fast 30 Prozent. Der Grund dafür sind die Coronahilfen der Regierung. Viele Zahlungen können noch bis Jahresende nach hinten geschoben werden, was Firmen künstlich am Leben hält. Oft sei es aber besser, gleich einen Insolvenzantrag zu stellen. Das Ziel ist nie eine Insolvenz. Aber wenn man sieht, es wird knapp, es geht sich nicht mehr aus, ist es viel besser, vorzeitig die Insolvenz anzumelden, als dann, wenn eigentlich nichts mehr da ist. Außerdem können Unternehmen, die eigentlich nicht mehr lebensfähig sind, anderen gesunden Firmen schaden. Diese Unternehmen bieten dann zu Preisen an, die viel zu niedrig sind, viel niedriger als die Marktpreise sind. Die Konsequenz ist, dass andere Unternehmen ebenfalls diesen Preisen anbieten müssen und auf Dauer dann nicht mehr mithalten können. Und dann könnte die Pleitewelle im nächsten Jahr, wenn die Hilfsmaßnahmen auslaufen, erst so richtig anrollen. Ein Konzert ohne Hörer, eine Show ohne Publikum. Die Amadeus Awards müssen heuer auch die Corona-Variante machen. Aber die Preise und die Stars gibt es trotzdem. Gleich mehr nach weiteren wichtigen Meldungen. Aus dem Gefängnis heraus zeigt die weißrussische Oppositionsführerin Maria Kolesnikova Mitarbeiter des Geheimdienstes und der Sonderpolizei an. Sie wäre von ihnen mit Mord bedroht worden. Die Beamten hätten sie aufgefordert, das Land so schnell wie möglich zu verlassen, lebend oder zerstückelt, sagt Kolesnikova. US-Außenminister Mike Pompeo verdächtigt hochrangige russische Regierungsmitarbeiter, den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny vergiftet zu haben. Der Kreml weist das zurück, will aber mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen zusammenarbeiten. Die Suchtgiftsermittlungen gegen den Vorstand der verstaatlichten Holding Oeberg Thomas Schmid wurden eingestellt. Das haben Schmidts Anwalt und die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Die Ermittlungen gegen Schmid in der Casinosaffäre, hier geht es ja um Postenbesetzungen und Glücksspiellizenzen, die laufen weiter. Die britische Schauspielerin Diana Rick ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Weltberühmt wurde sie in den 1960er Jahren durch die Serie mit Schirm, Scham und Melone. Später auch als die einzige Mrs. Bond der Geschichte. Zuletzt war sie in der Serie Game of Thrones zu sehen. Und in Memoriam Diana Rick zeigt ORF 2 kommenden Sonntag um 23.55 Uhr den Film Das Böse unter der Sonne. Schon heute Abend hingegen um 20.15 Uhr sind die Amadeus Awards in ORF 1 zu sehen. Die 20. Verleihung der Popmusikpreise hätte eigentlich eine große Show in der Wiener Stadtteile werden sollen. Aber da ist ein Virus dazwischen gekommen. Und so wird es trotzdem eine Show nur ein bisschen anders. Die Amadeus Austrian Music Awards sind jedes Jahr ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der heimischen Musikszene. Man trifft sich, blickt gemeinsam zurück und feiert. In diesem Jahr ist alles anders und eines bleibt doch gleich. Conchita übernimmt auch für die TV-Variante der Gala die Moderation. Es ist natürlich schade, dass es so passiert, wie es dieses Jahr passiert. Aber nichtsdestotrotz, wir lassen uns die Laune nicht vermiesen. Die besten Chancen auf einen Amadeus haben die Popband Bilderbuch und das Dialektduo Seiler und Speer. Sie sind jeweils viermal nominiert. Andre Heller, das darf bereits verraten werden, erhält den Amadeus für das Lebenswerk, überreicht von Bundespräsident Alexander van der Bellen. Ich gelobe, noch vieles vorzuhaben. Gratuliere. Dank dir sehr. Sie sind gespenstisch schön, diese Bilder der Golden Gate Bridge in San Francisco getaucht. In oranges Licht der Waldbrände, die in Kalifornien derzeit so schlimm wüten wie noch nie. Wieder ein Rekord, der zeigt, dass die Klimaveränderung und ihre Auswirkungen immer stärker spürbar werden, auch bei uns. Das Vertrauen in die Klimaschutzmaßnahmen der Regierung ist aber gering. Er gibt eine Umfrage von Global 2000 und der vom ORF unterstützten Initiative Mutter Erde. Auch in Pandemiezeiten bleibt die Klimakrise fest in den Köpfen verankert. 79 Prozent geben in der Umfrage an, sich für das Thema zu interessieren. Neun von zehn sind der Meinung, etwas tun zu müssen. Zwischen Interesse und gefühltem Wissen klafft allerdings eine Riesenlücke. Nur 11 Prozent der Bevölkerung fühlen sich sehr gut informiert zum Thema Klimawandel. Weitere 44 Prozent fühlen sich eher gut informiert. 87 Prozent der Befragten sehen Industrie und Wirtschaft in der Pflicht. Etwa genauso viele erwarten sich mehr Anstrengungen von der Bundesregierung. Überhaupt meinen nur vier Prozent der Befragten die Regierungssätze, die richtigen Klimaschutzmaßnahmen. Nicht gerade klimafreundlich ist die Formel 1, trotzdem hat sie viele Fans. Das bringt uns zum Sport. Da erfahren Sie gleich, wie die Zukunft des vierfachen Formel 1-Weltmeisters Sebastian Vettel aussehen wird. Und in den Seitenblicken sehen Sie Bilder von der Premiere von Nestreus. Einen Jux will er sich machen. In Wien war Premiere. Auf der Bühne war ein ganz besonderes Ensemble. Keinen Jux wird sich hoffentlich Markus Watzak mit dem Wetterbericht machen. Der kommt gleich und stimmt ganz gewiss. Wir morgen auch wieder. Heute sagen wir Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend. Auf Wiedersehen. Donnerstagabend. Herzlich willkommen zur Zeit im Bild 2. Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen ist stark gestiegen. 664 Menschen wurden seit gestern positiv getestet. Alarmstufe Gelb. Die Corona-Ampelkommission empfiehlt deshalb dem Gesundheitsminister, vier neue Bezirke auf Gelb zu setzen. Linz wird grün. Zu den vielen neuen Fällen spreche ich mit Virologin Dorothee von Lahr und Lungenspezialist Bernd Lambrecht. Verteilungsfrage. Zahlreiche EU-Staaten wollen Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager in Griechenland aufnehmen. Österreich aber nicht. Dazu ist die grüne Klubchefin im Parlament, Sigrid Mauer, zu Gast im Studio. Der schönste Platz auf Erden heißt ein neuer Dokumentarfilm über den kleinen burgenländischen Ort Pinkerfeld, der durch die Präsidentschaftswahl 2016 europaweit Bekanntheit erlangt hat. So hoch war die Zahl der Corona-Neuinfektionen nicht mehr seit dem 29. März. 664 positive Tests gab es seit gestern. Der Sieben-Tage-Schnitt steigt damit auf 411 Personen. Doch das Virus ist sehr ungleich verteilt. In einigen Bezirken steigt die Zahl der Infektionen besonders stark. Die Top 3 zurzeit. Im Bezirk Freistadt haben sich im Schnitt der letzten sieben Tage 67 Menschen pro 100.000 Einwohner infiziert. In Wien ist diese Zahl schon auf 71,3 und damit auch so hoch wie schon lange nicht mehr. Spitzenreiter ist allerdings die Stadt Innsbruck. Dort sind mittlerweile 88 Menschen pro 100.000 Einwohner infiziert. All diese Zahlen sind die Basis, aber nicht die einzige Entscheidungsgrundlage für die Corona-Ampel. Heute Abend hat die Corona-Ampel-Kommission wieder getagt. Auf orange hat man verzichtet, aber Innsbruck soll nun auch auf gelb geschalten werden. Das war ja bereits seit einigen Tagen erwartet worden. Außerdem werden schwarz in Tirol sowie die Bezirke Kornneuburg und Wiener Neustadt ebenfalls gelb. Linz wird dafür wieder grün werden. Außerdem soll österreichweit die Maskenpflicht in allen Geschäften kommen und Veranstaltungen wieder eingeschränkt werden. Über die aktuelle Corona-Lage berichten Konstanze Ertl und Harald Jungrathmeier. Wenn die Corona-Ampel umspringt, wird es in Innsbruck kein böses Erwachen geben. In der Tiroler Landeshauptstadt hat man sich schon auf gelb eingestellt. Mit der gelben Corona-Ampel kommt auch eine Maskenpflicht in allen Geschäften. Das finden die meisten hier heute gut. Damit habe ich kein Problem. Wenn man krank wird, da hat man ein Problem. Ich befürworte, dass das wieder gemacht wird. Die Leute sind schon ein bisschen zu sorglos. Es könnte schlimmer sein. Es könnte wieder sein, dass wir eine Ausgangssperre haben. Deswegen setze ich mir lieber die Maske auf und kann ausgehen und in alle Geschäfte gehen. Trotzdem noch meine Familie sägen. Auch in Wiener Neustadt in Niederösterreich wäre alles andere als die Umstellung von grün auf gelb eine Überraschung. Ich sage immer, wenn alle Leute aufpassen würden, dann hätten wir wahrscheinlich immer grün. Aber es ist besser gelb, als es breitet sich wieder so aus. Naja, gewisse Maßnahmen müssen durchgesetzt werden. Auch wenn es uns nicht gefällt und wir uns in unserer Freiheit vielleicht eingeschränkt fühlen. Selbst der Bürgermeister nimmt die Umstellung der Ampel gelassen. Es gibt Kriterien, nachdem die Ampel eingeteilt wird und wenn wir gelb sind, sind wir gelb und werden uns danach richten. In Wien hat man die steigenden Infektionszahlen bis vor kurzem noch mit der großen Anzahl der Tests erklärt. Heute fordert aber auch der Wiener Gesundheitsstadtrat wieder strengere Corona-Maßnahmen. Dass die Ampel in Wien von gelb auf orange umspringt, will er sich nicht ausdrücklich wünschen. Aber... Wir brauchen wieder klare Spielregeln, was das Maske tragen betrifft. Wir brauchen wieder Spielregeln über die Frage, wie viele Menschen können zugleich am gleichen Ort sein. Und darüber muss man heute in der Kommission beraten. Die rechtlichen Grundlagen für die Maßnahmen, die mit der Corona-Ampel verbunden sind, fehlen immer noch. Sie sollen mit dem neuen Covid-Gesetz erst in zwei Wochen im Parlament beschlossen werden. Das ist wohl mit ein Grund, warum sich zwischen Innsbruck und Wiener Neustadt auch kritische Stimmen finden. Es ist so nichts Logisches dahinter, da ist das verboten, da ist das... Darf man wieder? Also eine Logik für mich überhaupt nicht begreifbar. Ich glaube, dass wir wieder vom Alltag zurückkehren sollten, so wie es einmal war wieder. Dass das vielleicht wieder einmal kommt. Da wird er noch warten müssen. Stattdessen geht es in die andere Richtung. Wie nach der Sitzung der Ampelkommission am Abend bekannt wurde, sollen Veranstaltungen in ganz Österreich wieder eingeschränkt werden. Im Freien soll die Teilnehmerzahl bei zugewiesenen Sitzplätzen auf 5000 beschränkt sein, in Innenräumen auf 2500. Auch die Maskenpflicht in Innenräumen soll ausgeweitet werden. Gelbe Maßnahmen also auch dort, wo die Corona-Ampel eigentlich grün bleibt. Darüber wollen wir jetzt mit den Expertinnen und Experten sprechen. Im Studio begrüße ich die Virologin Dorothee von Lahr von der Uniklinik Innsbruck. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und in Linz begrüße ich Bernd Lambrecht, den Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde an der Keppler-Universität Linz. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich möchte gerne mit Ihnen beginnen, Frau Dr. Lahr. Die Zahlen steigen in den letzten Tagen wieder sehr stark an. War damit in diesem Ausmaß zu rechnen? Ja, also sobald man lockert, muss man auch mit steigenden Zahlen rechnen. Man ist ja sehr viel entspannter geworden, es war sehr viel mehr Reisetätigkeit. Also ganz unerwartet war es eigentlich nicht. Aber diese Lockerungen gibt es ja nun schon sehr viel länger. Also die gibt es schon den ganzen Sommer über, dennoch steigen die Zahlen. Jetzt haben Sie dafür eine Erklärung. Ja, angefangen hat es ja mit den Clustern von den Rückkehren aus dem Urlaub. Die haben ja da gestartet. Und ich denke, allgemein werden die Leute halt auch nachlässig mit der Zeit. Und ich sehe es auch, wenn man so um sich schaut, dass die Leute sich nicht mehr ganz so streng dran halten, nicht mehr ganz so die Abstände halten. Und ich glaube, da ist eine gewisse Nachlässigkeit auch in der Bevölkerung jetzt eingetreten. Man wiegt sich in falscher Sicherheit vielleicht. Lässt sich diese Entwicklung auch wieder sehr schnell stoppen? Oder glauben Sie, wird das jetzt noch einige Tage, Wochen so weitergehen? Die Maßnahmen scheinen mir eigentlich vernünftig zu sein. Um das zu stoppen, es müssen sich nur jetzt alle dran halten. Also das wäre wichtig. Herr Dr. Lambrecht, das heißt ja zurzeit immer die Fallzahl steigen. Aber das heißt für das Krankenhaussystem, für die Kliniken noch nichts Schlimmes. Denn die Hospitalisierungen, wie das ja dann heißt, seien zurzeit noch nicht so hoch. Stimmt das auch tatsächlich? Haben Sie bei Ihnen in Linz noch immer leere Stationen? Nun, leere Stationen haben wir nicht. Aber richtig ist, dass anders als im Frühjahr die Rate derer, die eine Krankenhausbehandlung brauchen, entschieden niedriger ist. Das hat damit zu tun, dass augenblicklich vor allem jüngere Menschen zu den Infizierten gehören. Der Altersschnitt ist um die 30, während das im Frühjahr ein Altersschnitt von ungefähr 50 gewesen ist. Das heißt, wir haben im Moment von all jenen, die in Österreich positiv getestet bzw. infiziert sind, nur etwa 5% in Spitalsbehandlung. Und das macht natürlich eine, wenn man so möchte, entspannte Situation oder eine grüne Ampel, zumindest für die Spitäler. Aber wenn diese Menschen dann zurückkommen von ihrem Urlaub, diese jungen Menschen, dann könnte es ja auch sein, dass die ihre Eltern, ihre älteren Angehörigen auch wieder infizieren. Alle Maßnahmen sind ja auch darauf ausgerichtet, das Spitalsystem nicht zu überlasten. Wie stark müssten denn die Zahlen steigen, damit sie sich wieder Sorgen machen müssten für ihre Kliniken? Nun, das hängt davon ab, welche Gruppe eben hier betroffen ist. Mich würden 100 Neuerkrankungen pro Tag, wenn es Seniorenheime betrifft, sehr erschrecken. Mich erschrecken aber einige hundert nicht, wenn es junge Menschen betrifft, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen milden oder sogar asymptomatischen Verlauf haben. Wir werden uns an höhere Zahlen leider gewöhnen müssen. Wir dürfen sie allerdings nicht aus dem Ruder laufen lassen. Israel hat heute 4000 Neuerkrankungen verzeichnet. Das wäre ein Grund zu echter Besorgnis. Wir kommen mit einigen hundert momentan aus medizinischer Sicht, wenn es sich um Menschen handelt, die nicht alle medizinische Hilfe im Krankenhaus brauchen, gut zu Recht. Aber grün bedeutet nicht, alles ist bestens, freie Fahrt, sondern grün bedeutet auch bei der Corona-Ampel nur, wir haben es noch unter Kontrolle und müssen sehen, dass wir das auch weiterhin tun. Frau Dr. Lahr, die Corona-Ampel-Kommission sagt ja selbst, man achtet eben nicht nur auf die Fälle der Neuinfektionen, sondern hat da vier Parameter festgelegt. Aber auf welche Zahlen schauen Sie denn ganz genau, um zu wissen, wie sich diese Pandemie jetzt noch weiterentwickelt? Welche Zahl ist für Sie die wichtigste in diesem Herbst? Sehr wichtig ist, wie viel Prozent der Fälle wirklich nachverfolgbar sind und wie viele unklaren Ursprungs sind. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir hatten ja noch vor zwei, drei Wochen eine Menge Cluster, deren Quellcluster, also deren Ursprung im Ausland lag, wo wir im Grunde nur die Auswirkungen hier gesehen haben. Jetzt sehen wir sehr viele lokale Cluster, das heißt Cluster, die selbst in Österreich entstanden sind. Das ist natürlich sehr viel bedenklicher als eins, wo der Ursprung eigentlich schon im Ausland war und diese Zahl der Cluster steigt. Und was mich auch irritiert, ist doch diese weite Verbreitung in ganz Österreich. Es ist doch zwar so, dass wir Hotspots haben, aber eigentlich überall auch kleinere Feuerchen sozusagen auftauchen, die man alle gleichzeitig austreten muss, um mal das Bild zu benutzen. Das ist natürlich für die Gesundheitsämter, das alles nachzuverfolgen, eine enorme Aufgabe. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung jetzt. Die große Sorge quasi aller Verantwortlichen war immer der Herbst und der Winter. Jetzt sind wir eigentlich noch im Spätsommer. Es wird 30 Grad haben. Die Menschen können die Zeit noch sehr gut draußen verbringen. Es ist leicht, nicht zu viel Zeit in geschlossenen Räumen zu verbringen. Das wird alles noch viel schlimmer. Wenn die Zahlen jetzt schon so steigen, muss man nicht davon ausgehen, dass das sehr, sehr schnell sehr viel drastischer wird, wenn die Temperaturen wieder sinken? Ja, also ich finde, wir haben nicht sehr viel Reserve mitgebracht aus den ganzen Maßnahmen in diesem Sommer. Die Schulen starten jetzt. Das macht mir noch mit besondere Sorge, dass dann wieder die Schulen und die Familien darunter leiden müssen, dass Schulen wieder geschlossen werden müssen. Ich kann nur sagen, Reserve haben wir nicht. Wir müssen ein bisschen Reserve haben für den Winter, für die geschlossenen Räume, für die Grippesaison. Und wir brauchen jetzt unbedingt ein stringentes Befolgen der Regeln der Erwachsenenbevölkerung, damit wir es nicht wieder an den Kindern sozusagen auslassen. Und auch nicht am Ende, dass wir, also am Anfang der Pandemie war es ja so, dass erst tatsächlich auch die Jüngeren infiziert waren und es dann auf die Älteren übergeschwappt ist. Jetzt sind es wieder die Jüngeren und das möchte man eigentlich nicht nochmal sehen, dass es jetzt wieder auf die Älteren überschwappt. Vielleicht kann man es verhindern, weil ich sehe, dass gerade in der älteren Bevölkerung habe ich den Eindruck, sich eher daran gehalten wird als bei den Jüngeren. Aber auch die Jüngeren sind mit für die Älteren verantwortlich und auch für die Kinder und sollten da auch ihre Verantwortung übernehmen. Ja, Dr. Lambrecht, man hat bei der Behandlung der Covid-19-Patienten wahnsinnig viel dazugelernt in den letzten Monaten. Ist es überhaupt noch so, dass sehr viele Menschen, die schon diesen großen Sprung machen und in ein Spital kommen müssen, um dort behandelt zu werden, dann auch noch weitergehen müssen in die Intensivstationen oder sind die Krankheitsverläufe so leicht, dass die Intensivstationen jedenfalls noch sehr weit außer Reichweite sind, dass die nämlich übervoll sind, dass wir solche Bilder, wie wir sie im März in Italien hatten, in Österreich realistischerweise im Winter gar nicht sehen werden? Reduziert hat sich eben tatsächlich die Anzahl der Personen, die in ein Krankenhaus kommen muss. Aber gleichgeblieben ist der Prozentsatz jener, die dann eine intensivmedizinische Behandlung brauchen, nachdem sie einmal eine Krankenhausbehandlung begonnen haben. Etwa jeder Fünfte, der sich in Krankenhausbehandlung begeben muss, braucht im Laufe seiner Behandlung tatsächlich auch intensivmedizinische Betreuung. Dieser Prozentsatz ist sehr stabil in Österreich, von früher bis jetzt. Wir haben aber viel dazugelernt, das haben Sie richtig angesprochen. Wir wissen natürlich, welche Medikamente wir in schwierigen und komplikationsbehafteten Situationen heute einsetzen können. Wir werden auch in den kommenden Monaten zweifellos noch viel dazulernen. Aber wir müssen die Bevölkerung darauf aufmerksam machen, dass noch sechs sehr schwierige Monate vor uns bestehen und dass wir erst mit einer Impfung im Frühjahr für Risikogruppen eine erste wirklich nachhaltige Abhilfe schaffen können. Jetzt kennen Sie die Situation in Oberösterreich, wo Sie unterrichten und arbeiten, sehr, sehr gut. Ganz Oberösterreich ist jetzt wieder, zumindest laut Empfehlung der Corona-Ampelkommission, grün. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das Virus in Österreich so unterschiedlich verteilt ist, warum es in Innsbruck und in Wien so stark ist, aber eben in Oberösterreich dann doch deutlich weniger? Na ja, Oberösterreich hat hier schon eine wechselvolle Geschichte gehabt. Wenn Sie zurückdenken an Anfang Juli, da war Oberösterreich durchaus ein Hotspot und wir mussten sogar zu drastischeren Maßnahmen greifen, um das wieder in den Griff zu bekommen. Natürlich hat das mit den Ballungsräumen zu tun, wo sehr viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, wo es viel öffentlichen Verkehr gibt. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass es auch außerhalb der Ballungsräume ein wesentliches Infektionsrisiko gibt. Schließlich gibt es viele Pendler, die aus den Ballungsräumen auch hinaus in andere Regionen jeden Tag fahren und dieses Risiko natürlich mit sich nehmen. Jetzt gibt es diese Pendler, wie Sie schon angesprochen haben, eben rund um die großen Städte. Quasi große Teile Niederösterreich sind in Wirklichkeit nur Vororte von Wien. Das geht in den Norden, das geht in den Süden. Macht es eine bezirksweise Unterscheidung bei der Corona-Ampel da tatsächlich Sinn, wenn all diese Menschen jeden Tag nach Wien einpendeln zur Arbeit oder vielleicht ins Theater fahren oder zu einem Konzert oder in ein Kino gehen? Nein, aus meiner Sicht nicht. Es ist zwar schön zu sehen, dass die Corona-Ampel und die Indikatoren, die diese Ampel steuern, so feingliedrig sind, dass sie auf Bezirksebene durchaus unterschiedliche Schattierungen oder Farben anzeigen können, aber das ist letztlich für die Bevölkerung nicht nachvollziehbar oder einhaltbar. Denn beim Pendeln von einem Bezirk in den anderen, mal die Maske beim Einkaufen zu verwenden und mal nicht, das wird nicht dazu beitragen, dass wir die Österreicherinnen und Österreicher über die nächsten Monate zu einer konsequenten Beibehaltung dieser Maßnahmen Händehygiene, Abstand und Mund-Nasen-Schutz motivieren können. Frau Dr. Lahr in Innsbruck, wo Sie unterrichten, sind die Fälle in letzter Zeit sehr stark gestiegen. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das ist da schiefgelaufen, das könnte man von Innsbruck lernen? Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären, warum gerade Innsbruck jetzt wieder so ein Hotspot ist. Tirol hat eigentlich sehr viel gelernt aus der Anfangsphase. Die Nachverfolgung der Cluster und auch die Überwachung der Quarantäne funktioniert eigentlich sehr gut, was ich so übersehe. Und auch die Testung, Testkapazitäten sind ja pro Einwohner am höchsten in Tirol von ganz Österreich. Ich kann mir das momentan nicht erklären, vielleicht war es das schlechte Wetter, da sind Sie alle reingezogen, die Studenten, ich weiß es nicht. Also ein bisschen Zufall ist immer auch dabei, bei dem Virus entwichen. Ja, ein bisschen Zufall ist auch dabei. Wir hatten ja auch sehr kalte Tage, so vor zehn Tagen, vielleicht hat das einen Einfluss gehabt. Ich weiß es nicht genau, wie das kommt. Wir haben natürlich immer ein paar Cluster gehabt, dieses Kulturzentrum und dieses Flüchtlingsheim, die immer noch nicht ganz kontrolliert sind, aber genau kann ich es mir auch nicht erklären. Frau Dr. von Laar, Dr. Lambrecht, vielen Dank für den Besuch im Studio und schönen Abend. Danke schön. Fast 13.000 Menschen waren bis vor wenigen Tagen im Flüchtlingslager Moria in Griechenland untergebracht, unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Dann brachen im Lager mehrere Feuer aus. Die griechische Regierung sagt heute, dass die Feuer von Flüchtlingen gelegt wurden. Deutschland und Frankreich haben angekündigt, minderjährige Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. Auch die Niederlande und ihr konservativer Premier Mark Rutte haben der Aufnahme von 100 Menschen zugestimmt. In Österreich ist die Aufnahme hingegen weiterhin stark umstritten. Die ÖVP ist strikt dagegen. Die Grünen würden gerne scheitern aber an der Koalitionsdisziplin. Markus Blecher und Patrick Kruska. Erneut Flammen im griechischen Flüchtlingscamp Moria. In der Nacht auf heute brennen jene Teile, die vom ersten Feuer am Dienstag verschont geblieben sind. Tausende sind obdachlos, viele Menschen kampieren in improvisierten Zelten auf den Straßen. Andere versuchen das zerstörte Lager wieder aufzubauen. Bewohner aus anliegenden Nachbarorten blockieren heute die Straßen zu dem zerstörten Camp. Sie wollen einen Wiederaufbau verhindern. Ein Teil der obdachlosen Flüchtenden soll auf diesem Schiff unterkommen. Ans Festland werden sie aber nicht gebracht. 400 unbegleitete Minderjährige wurden nach Thessaloniki geflogen. Sie sollen in mehrere EU-Staaten verteilt werden. Für die restlichen knapp 12.000 gibt es bisher keine Pläne. In Österreich sorgt unterdessen das Nein der türkis-grünen Bundesregierung zur Flüchtlingsaufnahme für breite Kritik bei NEOS und SPÖ. Auch der Bundespräsident meldet sich heute via Twitter zu Wort. Geflüchtete Menschen in Moria und besonders Kinder ohne Eltern brauchen jetzt unsere Hilfe. Europa und Österreich hat, da bin ich zuversichtlich, die Größe und Menschlichkeit jetzt das Richtige zu tun. Es sind genau jene Momente, die uns zeigen, in welchem Europa wir leben. Und auch bei den Grünen intern gibt es Kritik. Der ehemalige Nationalratsabgeordnete Harald Walser erwartet sich von seiner Partei ein härteres Entgegenhalten gegen den Koalitionspartner ÖVP. Es gibt natürlich innerhalb einer Regierung vielerlei Möglichkeiten Druck zu machen. Es müssen viele Beschlüsse gefasst werden im Ministerrat. Und ich glaube, es ist durchaus an der Zeit, hier zu sagen, das hat für uns Priorität. Menschenrechte gehen über alles. Die EU hat dankend den Friedensnobelpreis entgegengenommen und zeigt jetzt den Flüchtlingen die kalte Schulter. Das kann es nicht sein. Auch die Caritas, die selbst auf Lesbos Hilfe vor Ort leistet, zeigt sich von der Bundesregierung enttäuscht. Es muss beides möglich sein, Grenzen zu schützen und Menschen zu schützen. Und es geht darum, eine überschaubare Anzahl aufzunehmen. Hier haben sich ja auch etliche Bürgermeister unterschiedlicher Couleur öffentlich geäußert. Etwa auch ÖVP-Bürgermeister von Lustenau, von Neumarkt in Oberösterreich, aber auch von der SPÖ, wenn ich an Bad Ischl denke, oder Trumau in Niederösterreich. Also hier gibt es auch innerhalb der ÖVP aber insgesamt einen breiten Konsens beziehungsweise Diskussion, dass es hier einen Beitrag Österreichs braucht und dass das jetzt ein Gebot der Stunde ist. In der gestrigen ZIP 2 argumentiert Außenminister Schallenberg, würde man den Flüchtlingen helfen, würden sich noch mehr Menschen nach Europa aufmachen. Ein sogenannter Pull-Effekt würde entstehen. Einen solchen gäbe es, so sind sich NGOs und Migrationsexpertinnen und Experten einig, aber nicht. Es hat ja im Jahr 2016 ein Relocation-Programm aus Griechenland in andere europäische Länder gegeben. 20.000 Geflüchtete sind damals in andere europäische Länder übersiedelt. Aber ganz klar war, es hat nicht zu einem Anstieg der Neuankünfte geführt. Das heißt, weder die Erfahrungen noch empirisch lässt sich dieses Argument bestätigen, sondern in Wirklichkeit, es ist nicht passiert. Der französische Präsident Macron und die deutsche Bundeskanzlerin Merkel kündigen heute an, zumindest die 400 Minderjährigen aufnehmen zu wollen. Deutschland und Frankreich werden sich daran beteiligen. Ich hoffe, einige andere Mitgliedsstaaten auch. Noch am Abend verkünden die Niederlande, dass sie alleine 100 Flüchtlinge aus Moria aufnehmen werden. Nach den bisherigen Aussagen der ÖVP wird es solche Ankündigungen aus Österreich nicht geben. Vizekanzler Weiner Kogler haben wir heute eingeladen. Er wollte nicht kommen. Aber die Klubabfrau der Grünen Sigrid Maurer darf ich jetzt von mir im Studio begrüßen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Maurer, der Außenminister hat gestern gesagt, das Zitat Geschrei nach einer Verteilung sei keine Lösung. Er warnt vor einer Kettenreaktion. Stattdessen schickt Österreich Decken und Geld nach Griechenland. Haben sich die Grünen in der Bundesregierung eigentlich in den letzten Tagen dafür eingesetzt, auch Menschen aus Moria aufzunehmen? Selbstverständlich haben wir das getan. Und ich muss auch sagen, ich habe in den letzten Monaten den Außenminister kennengelernt. Und ich bin doch etwas erschrocken über dieses Wording gestern. Also wir Politikerinnen sind dazu da, Lösungen zu finden. Und eine Verteilungslösung wäre eine Lösung. Und hier von einem Geschrei zu sprechen, das halte ich für einen Außenminister für nicht würdig. Sie sagen, Sie haben sich in der Regierung dafür eingesetzt. Aber wann genau war das das Kanzleramt? Er hat mir heute auf Anfrage gesagt, es habe kein Gespräch zwischen dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler zu diesem Thema gegeben. Im Ministerratsprotokoll finde ich keinen Punkt. Und auch der ÖVP Klubobmann hat mir heute gesagt, sie hätten nicht mit ihm darüber gesprochen. Wo genau haben sich denn die Grünen jetzt dafür eingesetzt? Also erstens haben wir gestern im Ministerrat sehr wohl darüber gesprochen. Leonore Gewessler, die auch BM Dorstepp dazu gesprochen hat, hat angekündigt. Vor dem Ministerrat? Nein, im Ministerrat, im Sitzungssaal im Ministerrat. Und wir sind laufend in Gesprächen. Ich habe auch gestern zu Gust Wöginger gesagt, darüber werden wir sprechen müssen. Wir haben am Montag jetzt eine Sondersitzung. Und wir sind laufend in Diskussion mit der ÖVP. Wir beißen da leider auf Granit. Wenn man sich die Aussagen von Herrn Blümel anhört, merkt man, da ist jemand im Wahlkampf. Also das unterscheidet sich kaum mehr von der FPÖ. Und auch die Aussagen von Außenminister Schallenberg gestern hier in der Sendung waren absolut nicht in die richtige Richtung. Aber Sie sagen, die Grünen sagen immer, die ÖVP sei nicht zu überzeugen. Aber haben Sie es tatsächlich gut genug probiert? Wir sind laufend dabei. Sie hören ja die Aussagen der ÖVP. Aber ich glaube, dass da der Druck schon noch steigen wird. Es wird auf europäischer Ebene sich etwas bewegen. Es bewegt sich jetzt schon sehr viel. Vor wenigen Minuten ist die Nachricht gekommen, dass Mark Rutte, der sich bis jetzt immer dagegen gestellt hat, Flüchtlinge aufzunehmen, welche aufnehmen wird. Er wurde überzeugt von seinem Koalitionspartner, muss man dazu sagen. Er hat angekündigt, das zu tun. Es braucht eine solidarische europäische Lösung. Und Österreich wird sich daran beteiligen müssen. Sie haben gesagt, es brauche mehr Druck, um die ÖVP zu überzeugen. Sie hätten ja auch die Möglichkeit, mehr Druck auszuüben. Im Regierungsprogramm gibt es den Modus zur Lösung von Krisen im Bereich von Migration und Asyl. Das klingt so, als würde es ziemlich gut passen. Warum aktivieren Sie diesen denn nicht? Herr Tür, Sie wissen, auch wenn wir im Parlament für einen solchen Antrag stimmen würden, gäbe es keine Mehrheit dafür. Wir brauchen die ÖVP, um hier diesen Schritt setzen zu können. Aber die Abstimmung im Parlament ist ja erst der allerletzte Punkt in diesem Modus zur Lösung von Krisen. Da gibt es zuvor Gespräche im koalitionsinternen Koordinierungsprozess. Da gibt es davor zum Beispiel auch ein Gespräch zwischen Vizekanzler und Kanzler. All das gibt es zurzeit nicht. Oh ja, sicher. Vizekanzler und Kanzler sprechen täglich miteinander. Der Koalitionsausschuss wird auch eingesetzt? Ich weiß nicht was. Koordinierungsausschuss. Koordinierungsausschuss. So weit sind wir hier nicht. Wir sprechen mit der ÖVP und wir merken ja, die Lage in Moria ist dramatisch. Sie war dramatisch über die letzten Monate. Sie ist jetzt noch dramatischer geworden und andere Länder und viele Institutionen, Sie haben sie zitiert, sind dafür, dieses Leid zu beenden und Flüchtlinge aufzunehmen. Und die ÖVP ist hier offensichtlich im Wien-Wahlkampf. Das heißt, es gestaltet sich offensichtlich schwierig bei den Tönen, die Sie hier anschlagen, die absolut nicht unserer Haltung entsprechen. Aber es wird sich in den nächsten Monaten auch auf EU-Ebene etwas bewegen. Und dem wird sich auch die ÖVP nicht entziehen können. Aber wenn Sie es allein entscheiden könnten, wie viele Menschen würde Österreich aus Moria aufnehmen? Es geht gar nicht um die grundsätzliche Frage, wie viele. Es ist ja, das hängt auch davon ab, wie viele, was andere Länder tun. Es geht grundsätzlich um die Frage, ob wir bereit sind, Menschen in Not zu helfen. Und das sind wir. Das ist unsere menschliche Verpflichtung. Das entspricht unserer Wertehaltung. Und dementsprechend setzen wir uns... In Moria waren fast 13.000 Flüchtlinge. Da ist ja die Zahl schon auch sehr wichtig, ob es jetzt einige wenige Dutzend aufnehmen oder ein paar Hundert aufnehmen wollen. Selbstverständlich. Aber das ist eine Frage der europäischen Verteilung. Es wird eine Diskussion darüber geben, wie jetzt insgesamt damit umgegangen wird. Auch wie Griechenland damit umgeht. Und das wird man dann sehen. Aber jetzt geht es zuallererst mal um 400 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Würden Sie nur diese aufnehmen? Oder würden Sie auch die vielen tausend anderen Flüchtlinge in Moria eine Perspektive in Österreich bieten? Also die Grundschwierigkeit ist ja hier, das sind Menschen, die haben ein Verfahren laufen. Und wir müssen sicherstellen, dass sie während dieses Verfahrens menschenwürdig untergebracht sind. Und das bezieht sich nicht nur auf die 400 Unbegleiteten, sondern auf Familien, auf Mütter, auf alle, die hier ein Verfahren laufen haben. Und es gibt auch Möglichkeiten, das auszugestalten. Aber da sagt Griechenland bei Ihnen, die nicht diese 400 unbegleiteten Flüchtlinge sind, die heute schon nach Thessaloniki gebracht wurden. Sondern bei den anderen, die dort heute in dieser Stunde unter freiem Himmel schlafen. Da sagt die griechische Regierung, wir sagen es Ihnen klipp und klar. Sie werden nicht wegen des Feuers die Insel verlassen. Das können Sie vergessen. Was soll denn mit diesen Menschen passieren? Also ich bin nicht die griechische Regierung. Aber es ist jederzeit möglich, in diese Verfahren einzutreten. Und zu sagen, okay, wir nehmen ein Kontingent auf und schließen das Verfahren in einem anderen Land ab. Das ist möglich. Aber die griechische Regierung will sie Ihnen nicht geben, weil sie sagt, wenn sie jetzt Flüchtlinge weiterschickt, dann kommen neue nach. Das ist ein beliebtes Argument und absolut zynisch. Auch der Außenminister hat es gestern gebracht. Das ist eine Ausrede, eine bequeme Ausrede, um nicht helfen zu müssen. Und man kann es jetzt absolut zynisch zu sagen, da sollen halt ein paar Tausend leiden, damit nicht mehr kommen. Wir sind verpflichtet, menschlich dazu verpflichtet, diese Menschen zu unterstützen und ihnen menschenwürdige Bedingungen zu geben. Aber Österreich hat im EU-Vergleich laut UNHCR sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Nur Schweden und Malta haben laut UNHCR proportional in den letzten zehn Jahren mehr aufgenommen. Warum muss Österreich da jetzt wieder Flüchtlinge aufnehmen? Was heißt müssen? Wir haben ganz viele Gemeinden und auch die Stadt Wien, die angeboten haben, dass sie Platz frei haben, dass sie bereit wären, Flüchtlinge aufzunehmen. Im Übrigen auch ÖVP-Bürgermeister. Also es ist nicht so, dass hier die Partei in ihrer Linie geeint wäre und diese Gemeinden, dieses Angebot sollte man doch nutzen. Wir sind ein reiches Land. Wir haben die Kapazitäten. Wir haben die Infrastruktur. Warum nicht? Gut. Die ÖVP will das nicht, wenn die ÖVP bei diesem Nein bleibt. Was passiert dann? Wie gesagt, Sie wissen, wir haben keine Mehrheit im Parlament. Also nichts. Es gibt viele andere Dinge, die wir tun und die wir, also Hilfe vor Ort. Jede Hilfe ist besser als keine. Aber wir werden weiterhin diese Diskussion führen. Aber macht Österreich tatsächlich vor Ort genug? Ich habe mir heute die Zahlen vom UN-Flüchtlingshochkommissariat schicken lassen, von der UNHCR. Und wir haben eine Grafik vorbereitet. Das sind die Überweisungen der Länder ans UNHCR. 6,9 Millionen Dollar von Österreich heuer. Die Schweiz, glaube ich ganz gut vergleichbar, hat 36 Millionen Dollar überwiesen. Und Deutschland sogar 398 Millionen Dollar. Das ist selbst mit diesem 1 zu 10 Schlüssel zwischen Österreich und Deutschland deutlich mehr. Die Bundesregierung hat jetzt angekündigt, eine weitere Million aus dem Auslandskatastrophenfonds zu überweisen. Aber ist das nicht alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Vor allem auch im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern? Das ist richtig. Wir haben in Österreich seit Jahrzehnten eine sehr, sehr niedrige Summe im Auslandskatastrophenfonds, in der EZA, in der Entwicklungszusammenarbeit. Und es ist ein Teil des Regierungsprogramms, dass diese Mittel aufgestockt werden. Die sind bereits aufgestockt worden bei der letzten Budgeterhöhung. Das ist ein schrittweiser Prozess. Das ist nichts, was man in einer einzelnen Regierungsphase ausmerzen kann, das Versagen vergangener Regierungen in diesem Bereich. Selbst die Firmenstiftungen hinter Ikea oder Lego überweisen dem UNHCR 100 Millionen Euro und ein reiches Land für Österreich nur 6,9 Millionen Euro. Was eine grüne Regierungsbeteiligung wert, wenn da nicht mehr Geld in die Flüchtlingshilfe geht? Also eine grüne Regierungsbeteiligung ist sehr viel unterschiedliche Dinge wert. Wir haben noch viele andere Themen zu bearbeiten. Die Klimakrise, die Wirtschaftskrise. Wir haben auch noch diese kleine Pandemie, mit der wir uns gerade beschäftigen. Also da gibt es viele Dinge, in denen wir performen müssen. Die Unterstützung für das UNHCR ist uns ein Anliegen. Und auch die Mittel, die jetzt bereits mehr geflossen sind, auch heuer, gehen auf unser Engagement zurück. Aber all diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, werden politisch, realistisch so enden, dass nichts passieren wird. Die ÖVP wird wohl ihr Veto nicht aufgeben. Und als Grüne können Sie dann nur sagen, ja, Pech gehabt, was sollen wir tun? Das werden wir sehen. Wir sind hier durchaus kampfesbereit. Aber wie wollen Sie kämpfen? Wir werden, also es sind ja nicht nur wir. Es sind ja ganz viele Institutionen. Der Bundespräsident, die Caritas, die Bischofskonferenz, der Kardinal, die Diakonie. Die Bürgermeister, auch der ÖVP selbst, die sagen, nein, Moment, wir müssen hier unterstützen und wir müssen helfen. Und ich hoffe, dass die Diskussion dazu führt, dass die ÖVP ihre Position hier ändert. Wie gesagt, ich nehme auch wahr, dass hier mit diesem Menschenrechtsthema Wien-Wahlkampf betrieben wird. Also die Art und Weise, wie Herr Blümel und auch wie Herr Schallenberg hier auftreten, ist ziemlich eindeutig. Und jedenfalls, also mindestens nach der Wien-Wahl muss sich da was bewegen. Okay. Zum Schluss würde ich gerne auch über die Pandemie, die Sie schon angesprochen haben, mit Ihnen sprechen. Da gibt es nämlich diese Corona-Ampel, über die wir heute schon gesprochen haben. Allerdings ohne echte Gesetzesgrundlage. Die soll erst in zwei Wochen im Parlament beschlossen werden. Zurzeit passiert das über Verordnungen, die der Gesundheitsminister beschließt. Was hält denn die grüne Klubobfrau davon, dass eine Ampel eingeführt wird ohne echte gesetzliche Grundlage? Naja, das ist ja nicht richtig. Also die jetzigen Verordnungen sind alle logischerweise, basieren auf Gesetzen, auf dem Epidemiegesetz. Und das ist eine gesetzliche Grundlage, die werden wir mit weiter verbessern. Aber es ist zum Beispiel nicht ganz unumstritten, ob der Gesundheitsminister regional unterschiedliche Maskenpflichten verordnen kann. Das ist nicht ganz klar. Deshalb kommt ja auch das Gesetz. Es gibt ja einen Grund, warum dieses Gesetz kommt. Genau. Das macht man ja nicht aus Jux und Tollerei. Momentan gibt es diese Grundlage nicht. Ist das nach einem halben Jahr, nach Start der Pandemie, tatsächlich opportun, dass eine Ampel eingeführt wird, bevor das Gesetz da ist? Naja, opportun ist, wir haben, Rudi Anschober hat uns bis hierher und das wird auch weiterhin mit Ruhe und Sachlichkeit durch diese Krise geführt. Die Ampel ist ein Instrument, das sehr wichtig ist, das auch von allen Expertinnen begrüßt wird. Und es werden jetzt schrittweise die nächsten Verbesserungen implementiert. Und wir werden am nächsten Montag den Initiativantrag, also das neue Gesetz, einbringen und danach beschließen. Aber das hätten Sie ja schon über den ganzen Sommer machen können. Das Parlament hätte da ja die Begutachtungszeit, all das schon im Sommer machen können. All das hätte ja früher passieren können. Warum ist es da nicht so? Das war ja auch im Sommer in Begutachtung, Herr Tür, wie Sie wissen. Und die ganzen Stellungnahmen, die dort eingegangen sind, sind jetzt durchgeackert worden. Ich glaube, es waren 5.000 und diese Änderungen wurden in diesen Gesetzestext eingearbeitet und er wird nächste Woche im Parlament eingebracht. Gut, die Opposition kritisiert dennoch, dass es so lange gedauert hat, sagt, Sie hätten Zeit mit, Zitat, unzähligen Pressekonferenzen und Reden verplempert. Sie brauchen aber die Opposition, nämlich wenn Sie das Gesetz rechtzeitig noch fertig haben wollen. Es muss nämlich durch den Bundesrat, SPÖ und FPÖ könnten es dort dann blockieren. Wenn Sie die Opposition vorher eingebunden hätten, hätten Sie danach vielleicht nicht die Zeit verloren, oder? Also die Opposition ist sich sowieso grundsätzlich nicht einig. Also die FPÖ lehnt das alles sowieso grundsätzlich ab, weil sie eher Verschwörungstheorien anhängt. Aber mit der SPÖ hatten wir immer gute Gespräche und auch die SPÖ-Landesrätinnen, die zuständigen, begrüßen ja auch die Ampel. Und ich bin dementsprechend zuversichtlich, dass wir auch hier zu einem guten Prozess finden. Es gibt am Montag Klub-Ableute-Runde, es gibt die gemeinsame Sitzung. Es wird eine Ausschussbegutachtung des neuen Gesetzestextes geben. All das sind Dinge, die bereits abgesprochen und vereinbart sind zwischen den Fraktionen und Parlamenten. Also Sie rechnen nicht mit einem Veto der SPÖ? Nein, ich denke, auch die SPÖ hat ja selber gesagt, sie hat sehr kritisiert den ursprünglichen Entwurf. Viele ihrer Bedenken sind eingearbeitet worden und jetzt geht es nochmal in eine Ausschussbegutachtung und dann werden wir es beschließen. Frau Maurer, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. Und damit verabschieden wir uns schon jetzt von allen Zuseherinnen und Zusehern auf Dreisert. Liebe Grüße aus Wien. Und wir zeigen Ihnen gleich noch, warum eine Filmemacherin einen ganzen Dokumentarfilm der südburgenländischen Gemeinde Pinkerfeld gewidmet hat, nach weiteren Meldungen vom Tag. Im Ibiza-Untersuchungsausschuss ist heute der ehemalige ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger befragt worden. Er hat erneut bestritten, dass er geholfen habe, den von der FPÖ nominierten Peter Siedlow als Casinos-Finanzvorstand zu installieren. Gegen Löger wird auch strafrechtlich ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Suchtgiftermittlungen gegen den Vorstand der verstaatlichten Holding ÖBAG, Thomas Schmidt, eingestellt. Die Ermittlungen gegen Schmidt in der Casinos-Affäre, hier geht es um Postenbesetzungen und Glücksspiellizenzen, laufen weiter. Im Fall des mutmaßlich mit Novichok vergifteten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny verdächtigt US-Außenminister Mike Pompeo nun, hochrangige russische Regierungsmitarbeiter den Giftanschlag angeordnet zu haben. Es habe sich um den Versuch gehandelt, einen Dissidenten zu vergiften, so Pompeo. Moskau weist den Vorwurf als inakzeptabel zurück. In den USA brennt es mittlerweile schon in allen drei Westküstenbundesstaaten. In Kalifornien, Oregon und Washington gibt es dutzende Brandherde. Allein in Kalifornien sind 14.000 Feuerwehrleute im Einsatz. Wegen Rauch und Asche hat sich der Himmel über der Millionenmetropole San Francisco orange gefärbt. Heute wurden die 20. Amadeus Austrian Music Awards verliehen, aufgrund der Pandemie diesmal nicht live, sondern im Rahmen einer TV-Sendung auf ORF1. Sänger Voodoo Jürgens gewinnt den Amadeus für das Album des Jahres. Der Preis für den besten Song geht an das Dialekt Du, Seiler und Speer. Mit dem Amadeus für das Lebenswerk wurde Andre Heller ausgezeichnet. Schau, Lebenswerk. Die aus der Serie mit Schirmscharme und Melone, bekannte britische Schauspielerin Diana Rick ist tot. Große Erfolge feierte sie mit Shakespeare-Theaterstücken, aber auch mit zahlreichen Film- und Fernsehrollen. Etwa in Zeugin der Anklage, das Böse unter der Sonne oder zuletzt in Game of Thrones. That's good. In Memoriam Diana Rick endet der ORF sein Programm und zeigt kommenden Sonntag um 23.55 Uhr in ORF2 den Film Das Böse unter der Sonne. 5.924 Einwohner hat Pinkerfeld. Dazu fünf Tankstellen, acht Supermärkte und ein Stadtmuseum. Der ziemlich durchschnittlich klingende Ort hat seit 2016 aber große internationale Aufmerksamkeit erhalten. Als Heimatort des freiheitlichen Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer. Die Filmemacherin Elke Grohn hat den Ort in ihrer Doku Der schönste Platz auf Erden nun porträtiert. Es geht um die Gemeinde und nicht deren berühmtesten Bewohner. Dazu passend der Untertitel, kein Film über Norbert Hofer. Julia Fellerer hat ihn gesehen. Der schönste Platz auf Erden, das ist das Eimatland. Pinkerfeld im Burgenland, das verschlafene sozialdemokratisch regierte Städtchen mit seinen 5.500 Einwohnern, erlebt 2016 eine wahre Invasion der Medien. Is this the Austria that you want to preserve? Yes. This should be the Austria I would like to preserve. Bis zu 100 Kamerateams belagern vor dem Präsidentschaftswahlkampf die Kleinstadt. Denn mit Norbert Hofer hat zum ersten Mal ein Rechtspopulist Chancen auf dieses Amt. Die Pinkerfelder waren total entsetzt von den Medien. Die fühlten sich da irgendwie vernadert. Sie hatten das Gefühl, man will sich als Nazi-Bevölkerung hinstellen. Und wollten prinzipiell mit den Medien nichts zu tun haben. Filmemacherin Elke Grohn schafft es mit langen Gesprächen das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Sie möchte wissen, wie die Menschen in Pinkerfeld denken, wovor sie Angst haben und wie es ist, sich zur FPÖ zu bekennen. Ja, das erzählen die Medien immer. Die Blauwähler sind ungebildet und haben keine Ahnung. Und wir sind rechtsradikal und fremdenfeindlich und was weiß ich, was nicht alles. 70 Prozent der Pinkerfelder haben Hofer gewählt. Grün hört den Menschen zu. Im Wirtshaus, in der Disco, beim Wahlkämpfen. Was steht auf dem Schloss? Sicher ist sicher. Die Doku liefert ein politisches und gesellschaftliches Stimmungsbild einer Kleinstadt, die zwar politisch divers ist, aber nicht entzweit. Ich sehe die Pinkerfelder nicht als gespalten, prinzipiell. Also das hängt schon auch, glaube ich, mit dem Burgenland zusammen. Man ist wahnsinnig um Zusammenhalt bemüht und auch so, wie es in der Gemeinde abläuft. Man versucht immer einen Konsens. Man hat auch, also auch wenn heftig diskutiert worden ist in der Zeit, man hat dann schon wieder versucht, sich zusammen zu raufen. Die Doku Der schönste Platz auf Erden ist ein Stück Zeitgeschichte und ein Blick in die Provinz, der, so die Filmemacherin, auch die Politik meist zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten nicht nur für Pinkerfeld. Der Spätsommer hat im Alpenraum Einzug gehalten und so schnell wird er auch nicht weichen. Etwas frischer ist es im Norden. Werte um und über 30 Grad finden wir weiterhin rund um das Mittelmeer. Morgen lösen sich Frühnebel rasch auf und es wird überall sonnig, wenn auch nicht ungetrübt. Wolkenfelder ziehen durch und nach Westen hin entstehen einzelne Schauer. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. Ganz ähnlich verläuft der Samstag mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Überwiegend sonnig und sehr warm präsentiert sich der Sonntag. Und hier auf UF2 geht es jetzt weiter mit dem Wirtschaftsmagazin ECO und Dieter Bornemann. Auch bei uns geht es um die steigernde Anzahl von Corona-Infektionen und die neue Ampel-Regelung. Konkret, was bedeutet Gelb, Orange und Rot für unser Einkaufsverhalten und für den Handel. Dann berichten wir über die Aufregung im steirischen Spielberg wegen der Insolvenz des Traditionsbetriebes ATB und die Veränderung in der Arbeitswelt, wie wir zwischen Homeoffice und Großraumbüro pendeln. Jetzt gleich in ECO nach der ZIB 2. Danke, Dieter Bornemann. Das war die ZDB 2 am Donnerstagabend. Wir melden uns morgen wieder. Auf Wiedersehen. Magnusik Vizeput Vielen Dank.